Hallo und herzlich willkommen zurück zu TAP2NO GAME. Heute gehen wir in die zweite Edition des Tempest-Blogs und zwar ist das Stronghold. Stronghold ist die 13. Expansion, die in Magic bisher erschienen ist und wie gesagt das zweite Set im Tempest-Blog. Sie ist am 2. März 1998 erschienen und beinhaltet 143 Karten, 44 Rare, 44 Ankommen und 55 Common. Verkauft wurde Stronghold in 15 Karten Booster Packs mit 11 Common, 3 Ankommen und 1 Rare. Diese bekommt man heute im MKM mit europäischen Händlern und auf Englisch, das sind immer so meine Filter, für 9 Euro. Ein Display bekommt man für 400 Euro und das ganze Set ist 180 Euro wert. Zudem gab es auch wieder, wie in Tempest schon angefangen, vier Themen-Decks, die mit Stronghold und Tempest-Karten gefüllt waren. Und das war einmal das Team-Deck Call of the Core, ist weiß-schwarz gewesen. Dann gibt es The Sparkler, blau-rot. Migraine, das ist ein schwarzes und The Spikes ist rot-grün. Die sind so 12, 13 und 23 Euro wert, wobei da das schwarze das für 23 ist. Es ist das letzte Set, das Multicolored-Karten hat, und zwar bis zur Edition Invasion im Jahre 2000. Bekannt wurde das Set durch die starken Walls, die es wieder hatte. Walls waren zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum von Spielern gespielt, auch nicht von den Pro-Gamern. Allerdings gab es hier in der Edition in jeder Farbe eine Wall und da waren die schon wirklich stärker geworden. Und da hat sich die Wall of Blossom, das ist die grüne, so ein bisschen herauskristallisiert, dass viele Pro-Gamer, die auch gespielt haben. Die war sehr beliebt. Pre-Release fand auch wieder statt und die Pre-Release-Karte ist der Revenant gewesen. Am 13. April 2009 war die Edition kurzzeitig auch auf Magic Online zu erwerben, bevor sie 2015 dann mit dem Tempest Remastered teils wieder auftauchte. Die Mechaniken sind weiterhin dieselben wie aus Tempest, mit Buyback und Shadow. Zudem gibt es die Fähigkeit Encore, die so ein bisschen auf Banding basiert. Außerdem gibt es wieder Slivers, Spikes und Licits. Es gibt insgesamt drei Circles, und zwar den ersten, die Allied Color Slivers, sind Uncommon Slivers, 2-2. Dann gibt es als zweites die Licits. Die Licits 2-2 Uncommon sind. Und als drittes halt die Walls, die auch Uncommon sind und ein Colorless und ein Mana kosten in jeder Farbe. Und da gibt es dann halt fünf verschiedene Walls. Die Karten gehen wir nachher alle nochmal wieder durch. Dann werfe ich die nochmal hier rein. Hervorheben muss man hier in dem Set mit den teuersten beiden Karten, den Mox Diamond und die Sliver Queen. Die gucken wir nachher uns dann auch nochmal ein bisschen genauer an. Zur Story hatte ich ja in der letzten Folge das sehr ausführlich gemacht und mal das Storybook vorgelesen, was es dazu gab. Ich will jetzt hier einmal nur so eine kleine Zusammenfassung nochmal machen. Und zwar ist es so, Stronghold erzählt die Geschichte von Gerard und seiner Weatherlight Crew, wie sie sich durch die dunkle Festung Vollrats kämpfen, auf der Suche nach den vermissten Kameraden. Dabei erfahren sie einige Geheimnisse über ihre Feinde, Freunde und vor allem über sich selber. Gerard entdeckt in der Festung einen Kriegsraum. Und in dem findet er so eine große oder viele Karten, die alles darauf hindeuten, dass eine Vollrat eine Invasion auf Dominaria plant. Sie finden dann nach langer Suche einen Gefangenenturm und dort findet er Karen, den Golem oder was weiß ich nicht, mit Massen von gefangenen Mox, die auch sofort, nachdem die Zellentüren geöffnet sind, in die Freiheit, in die Dunkelheit laufen. In einer anderen Zelle finden sie Tangard, den Minotaurus, dem hier seine Hörner abgetrennt wurden. Gerard überreicht ihnen ein Schwert und sagt, auch ohne dein Aussehen, bist du unser bester Kämpfer. Das stimmt, Tangard natürlich froh und stellt sich wieder an die Seite von Gerard. In einem Labor, in einem Glasbehälter finden sie Sesee. Allerdings war diese eine Falle und da drin ist halt nur ein Shapeshifter, vor dem Miri die Katzenfrau Gerard bewahrt. Selenia taucht aber hier auf, die hat diese Falle gestellt und verletzt Miri und lässt sich dann aber in einem Kampf von Krovax erschlagen und verpufft in weißen und schwarzen Mana und saugt sich sozusagen rein in Krovax und übernimmt ihn. Das merken die anderen aber nicht. Er wird zum Vampir. Gerard schickt dann Krovax und die verletzte Miri zur Weatherlight zurück mit Tangard und Karen. Auf dem Rückweg splittet sich diese Gruppe nochmal, da Kahn spürt, dass die Legacy-Artefakte in der Nähe sind und will die halt suchen. Er findet dann auch den Schatzraum quasi und dieser wird bewacht von der Sliver Queen und als die auf ihn losgehen will und ganz viele Sliver aus sich herausholt, so quasi kann Kahn ihr aber erklären, dass er auch ein Teil dieser Legacy ist und auch nur ein Artefakt und er jetzt nur sich wieder zusammensetzen muss. Also er nimmt dann diese Teile und ja, die Sliver Queen lässt ihn damit ziehen. Ja, Gerard und Stark, die ja jetzt noch weiter auf dem Weg sind, um Starks Tochter und Sissy zu suchen, dringen in die Dreamhalls ein, wo sie sich vielen Szenarien aus der Vergangenheit stellen, halt wie dies schon sagt, Dreamhalls, halt so in verschiedenen Träumen und Albträumen da unterwegs. Am Ende taucht Vollrath dann vor Gerard auf. Er erklärt ihm, dass das alles sein Plan war und ihm und dass das letzte Puzzle war, ihn zu kriegen und jeder Schritt genau so, er hat alles so gemacht, wie Vollrath das geplant hatte. Aus dem Nichts taucht dann Stark auf und rammt Vollrath sein Dolch in den Rücken. Dieser dreht sich aber nur um, zieht den Dolch aus seinem Rücken raus. Die Wunde schließt sich, aber doch sichtlich überrascht von dieser Aktion, zieht Vollrath sich zurück. Es tauchen dann Sissy und Tarkara auf, Starks Tochter, und greifen Gerard und Stark an. Dabei wird Stark getroffen, an den Augen und erblindet. Gerard kann aber beide erstmal K.O. schlagen, weil die haben auch so einen Helm auf, der halt leuchtet und als er sie an K.O. schlägt, verblasst dieses Leuchten, er nimmt ihnen den Helm ab und sie sind dann auch befreit von diesem Fluch. Gerard macht sich aber auf die Fersen von Vollrath und er kann aber dank seiner Shapeshifter, die er immer hat und gegen die Gerard dann kämpfen muss, entkommen. Der Fluch an Sissy und Tarkara ist halt gebrochen und Sissy erkennt dann aber auch Stark als Verräter, der sie halt die Gefangennahme erst ermöglichte. Aber seine Tochter geht dazwischen und Gerard schlichtet und erklärt ihnen, dass sie alle zusammenhalten müssen, weil ansonsten verlassen sie diesen Ort nicht mehr, zumindest nicht lebend und sie können nicht mehr entkommen. Währenddessen halt Vollraths Stimme durch die Festung, Invasion starten, zerstört alle Feinde. Ja, das so zur Story einmal von Stronghold und dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal die Karten an. So, dann gehen wir einmal jetzt in die Karten. Herzlich Willkommen dazu dann nochmal. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein in die Slivers. Und zwar gibt es ja jetzt dann, ja das letzte Mal hier quasi, Multi-Colored Karten. So, da muss ich nochmal eben das einstellen. So, und dann fangen wir gleich mal mit dem Crystalline Sliver an. Und ja, der Crystalline Sliver cannot be target, oder Slivers cannot be target of Spells or Abilities. Das ist ganz cool, muss man immer gucken, weil ja auch, wobei da ich mich jetzt frage, weil es ja auch dann die eigenen sind, ob da nicht dann auch die ganzen anderen Sliver-Effekte dann rausfallen quasi. Das wäre nochmal, hm, da weiß ich jetzt nicht so genau Bescheid. Da haben wir hier den Hubernation Sliver. Each Sliver gains pay to life return this creature to owner's hand. Und dann haben wir hier den Acidic Sliver. Each Sliver gains für zwei Colorless. Sacrifice this creature. This creature leads to damage to target creature or player für rot-schwarz. Das sind halt so diese Allied Colors, also die Verbündeten. Und dann haben wir hier den Spine Sliver. If any Sliver is blocked, it gets plus 1 plus 1 an the end of turn to each creature blocking it. Und dann haben wir hier den Victo Sliver. Alle sind natürlich 2-2. Each Sliver gains to sacrifice this creature gain for life. Für Rot-Grün. Wieder ein Life-Gainer. Es fehlt noch die Sliver Queen. Die, denke ich mal, kommt dann nochmal im Verlauf, weil die zeigt er mir jetzt hier gerade nicht an, sonst suche ich die aber nochmal einzeln. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal die Karten durch und ich zeige einmal, welche ich denke, die da hervorzuheben sind. Das ist dann natürlich ganz nett. Ich muss mir das nochmal hier ein bisschen anders packen gerade. So. Die ist natürlich da ganz nett. Contemplation. Contemplation. Whenever you successfully cast a spell, gain one life. Das ist gar nicht so schlecht, wie ich finde. Moment. So müsste das dann, glaube ich, besser sein, ja. Ähm. Genau. Was haben wir noch? Hier haben wir dann auch wieder nochmal so eine typische Buyback-Karte. Die sind natürlich in der Edition ja immer gewesen. Jetzt muss ich nochmal gerade auf meinen Zettel schauen. Ach ja, genau. Okay. Ähm. Genau. Dann machen wir mal weiter. Da haben wir hier noch so ein paar Soldiers. Da ist jetzt aber nicht so dramatisch, wobei ich hier das Artwork ganz cool finde. Bei dem Enchantment. Rolling Stones. Walls can attack. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Ähm. Für zwei Mana. Das ist gar nicht so schlecht. Haben wir hier Sacred Grounds noch. Whenever an effect controlled by any opponent puts a land into your graveyard from play, put that land into play. Also. Äh. Eine Karte gegen Land Destruction Decks. Äh. Auch mal interessant, finde ich. Ähm. Dann haben wir hier auch einen coolen Artwork. Den Skyshroud Falcon. Äh. Mit fliegend Vigilance. Für zwei Mana 1 zu 1. Das ist okay. Ähm. Was man auch gut spielen kann. Smite. Destroy-Target Block Creature. Auch sehr schön. Ein paar Soltari haben wir hier. Wobei der ganz cool aussieht. Äh. Aber ansonsten. Haben wir hier die Wall. Die zum Cycle gehört. Wall of Essence. Äh. For each one. Combat Damage. Deal to Wall of Essence. Gain one life. Äh. Und genau dasselbe gibt's auch äh. Äh. Für den Warrior Angel. Der ja auf den Boostern drauf ist. For each one damage. Warrior Angel Deals. Gain one life. Ähm. Ähm. Also ähm. Da ist dann so ein Spirit Link noch quasi. Ähm. Ähm. Genauso wie hier noch. Ähm. Ritter für 2 Mana. 2-1 für Strike. Gibt's natürlich schon jetzt besser. Ähm. Ähm. Beziehungsweise die alten aus der Revised oder so. Ähm. 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 Heute geht das mal hier relativ flott. Ähm. 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 Haben wir hier noch einen schönen Spirit. Äh. Den Cloud Spirit. Äh. Da kann zwar nur Fliegende blocken. Aber 3-1 finde ich ist da schon äh. Ähm. Mit den durch den 3 Angriff eine Hausnummer. Dann ähm. Ähm. Auch interessant. Dream Paula. Ähm. Dream Paula ist unblockable. As long as no other creatures are attacking. Ähm. 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 Das ist besonders nett finde ich. Evacuation. Return all creatures to owners hand. Ist zwar für 5 Mana jetzt gar nicht so billig. Aber das kann in gewissen Situationen ganz gut sein. Da haben wir hier storytechnisch die Dreamhalls. Ähm. In der Gerard und Stark ja dann sind. Und auf Feuera treffen. Instead of paying the casting cost for a spell of any color its custom made choose and discard a card that shares at least one color with that spell. If the spell has x in its casting cost x is zero. Ähm. Natürlich gar nicht schlechter als Enchantment. Da kann man glaube ich denke ich ein bisschen was mit machen. Dann haben wir hier die sogenannten Licit. Ähm. Ähm. Da tauchen jetzt hier auch ein paar auf. Ähm. Ähm. Sehr cool finde den Hammerhead Shark. Äh. Zwei, drei. Und kann nicht angreifen wenn der Gegner keine Inseln hat. Ähm. Ja. Das passt natürlich ganz gut. Ähm. Ähm. Hier auch nochmal fieses Enchantment. Intruder Alarm. Creatures do not untap during their controllers untap face whenever any creature comes into play. Untap all creatures. Äh. Äh. Auch nett. Ähm. Ähm. Ja. Das ist ein Klassiker eigentlich. Lieb. Äh. Für einen Mana. Das ist hier halt Miri, die von der Weatherlight auf den Balkon springt. Um die Wache auszuschalten. Target creature gains flying until end of turn. Draw a card. Für einen Mana. Das ist super. Äh. Dann haben wir hier natürlich bei blau auch wieder Counterspells. Und ähm. Was haben wir hier noch? Äh. Haben wir hier auch noch eine schöne Karte. Ransack. Look at the top 5 cards of target player's library. Put any number of those cards on the bottom of that library in any order. And the rest on top of library in any order. Oder hier haben wir Rebound. Äh. Target spell which targets only a single player targets another player of your choice instead. Damit kann man auch schön rumnerven. Äh. Haben wir hier Reigns of Power. You and target opponent each untap and gain control of all creatures the other controller until end of turn. Und haben Haste. Das ist auch mal was. Äh. Das ist auch gar nicht schlecht. Für vier Mana. Sorcery. Draw three cards. Send shoes and discard a card. Das geht sogar. Also ne. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann haben wir hier auch noch ein paar Drakes. Das ist aber alles nicht so. Talos Decipher. Die Drakes sehen ganz cool aus vom Artwork. Ich lese die mal nicht vor. Ich ziehe die nochmal kurz rein. Äh. Dann kann man die mal sehen. Äh. Das ist noch ne schöne Karte. Tidal Search. Tab up to three target creatures without flying. Kann man auch ganz gut machen. Und dann hier wenn man mal wieder was mit Island Walk braucht. Den Tidal Warrior. Für Tab and target land ist ein Island until end of turn. Hier haben wir die sogenannten Shapeshifter von Vollrad auch. die ich in der Story auch schon mal erzählt habe. Ähm. Ja. Die sehen halt auch echt irgendwie. Bäh. Fies aus. Und wir haben die blaue Wall. Das ist die Wall of Tears. If. Äh. Walking. Äh. Ne. Was. Wo war ich jetzt da? Wall of Tears. Wall of Tears blocks any creatures return each of those creatures to owners hands at end of combat. Natürlich ganz nett. Damit sind wir bei Blau auch schon durch. Und gehen jetzt direkt mal in Schwarz. In Schwarz haben wir die Bottomless Pit. Die ist ja auch aus der vergangenen Story noch bekannt. During each player's abgibt. The player discounts a card at random. Da geht es tief hinab in Vollradsfestung. Und da ist auch ein Satz von Gerard. I'm sure it came with the place. I don't think you build one on purpose. Ja. Gut. Dann haben wir auch hier wieder Licits. Und ähm. Corrupting Licits. Ich halte die kurz mal rein. Und dann eine. Ja. In der Geschichte doch. Tragische. Und wichtige Figur. Eigentlich. Und zwar ist das Crovax. The Curse. Ähm. Ist ja dann. Ja. Leider so ein bisschen. Verändert. Worn. Sagen wir mal. Ja. Und ja. Crovax. The Curse. Counts as a Vampire. Crovax. Comes into play with 4 plus 1 plus 1 counter on it. Dynia upkeep. Sacrifice a creature. Impulse plus 1 plus 1 counter on Crovax. Or remove a plus 1 plus 1 counter. Äh. Und für einen schwarzen. Crovax gains flying at Land of Turin. Der ist ja über die Rehling gestürzt. Mit Mira. Und da bin ich mal gespannt, was aus dem beiden da dann noch wird. Ja. Sehr schade eigentlich, ne? Aber gut. Äh. Dann haben wir hier Deathstroke. Auch schöne Karte. Für 2 Mana. Sorcery. Destroy target tapped creature. Vielleicht ein bisschen zu langsam, da es nicht als Instant gespielt werden kann. Aber als Sorcery immerhin noch ganz gut finde ich. Eine Karte, die ich auch sehr gerne mag. Auch das Artwork einfach klasse finde. Ist der Dungeon Shade. Ist jetzt keine tolle Karte, aber ich finde den ganz gut. Äh. Dann haben wir hier Grave packed. Whenever any creature you control is put in any grave yet, each other player sacrifices a grave. Äh. Äh. A creature. Jetzt habe ich uns schon gelesen. The bands of loyalty can tie one to the grave. Äh. Dann haben wir auch, was ich gerne immer früher gespielt habe. Ratten. Ratten, ratten, ratten. Mein Rattendeck war gefürchtet. Leider habe ich es nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob Ratten jetzt heutzutage noch so ziehen würden. Müsste ich mal wieder ausprobieren. Allerdings kann man hier mit dem Sorcery put red token into play. 1-1 black creatures für 1 Mana. Joa. Ist okay, ne? Ähm. Dann haben wir hier Megrim. Megrim. Und dann bei Endepunkt. Discards a card. Megrim. Two damage to him or her. Da kann man natürlich ganz gut was draus bauen. Hier auch eine schöne Gemeindpeel. Mit einem Buyback. Das ist halt auch ganz cool. Äh. Hat man dann insgesamt für 5 Mana-Tageplayer chooses in Discard a card. Ist natürlich recht teuer im gewissen Deck. Auch anders spielbar. Und daher ist das dann gar nicht schlecht. Aber naja. Gut. Das muss man dann gucken. Ähm. Dann haben wir hier auch Thryl. Die hatten wir ja in Fallen Empire irgendwie mal zuletzt. Mork Thryl. Äh. Fand ich auch mal ganz lustig wieder. Äh. Hier haben wir noch mehr Raten sehe ich gerade. Die Rabbit Reds. Die Rabbit Reds haben 1-1 für 2. Und äh. Wenn man sie tappt. Target-Programming Creature against 1-1-1 until end of turn. Dann die Pre-Release Karte auch. Äh. Hier in der normalen Version. Ähm. Der Sets der Revenant. Äh. Ist ein Spirit für 5 Mana. In Schwarz. Flying whenever. Äh. Renavent has power and toughness. Each equal to number of creature cards in your graveyard. Das natürlich. Das kann im Mid-Game dann schon recht solide sein. Würde ich sagen. Dann äh. Dann haben wir hier auch ein paar Skelettel. Wie es bei Schwarz sein muss. Wir haben einen Stronghold Assassin. Sacrifice Creature. Destroy Target. Non-Black Creature. Wir haben den Stronghold Taskmaster. All other Black Creatures get minus 1 minus 1. Hm. Der ist ja schräg. Okay. Ähm. Ja. Dann haben wir noch die Wall. Genau. Wall of Souls. Ähm. Whenever Wall of Souls is deal combat damage, it is the equal amount of damage to target opponent. Ähm. Ist jetzt mit 0,4. Natürlich irgendwie nicht so gefährlich. Allerdings äh. Gibt's ja auch Wege und Mittel da irgendwie ein Plus drauf zu hauen. Ähm. Dann kann man da sicherlich was cooles drauf machen. Wüsste ich jetzt aber nicht so. Naja. Dann haben wir Rot. Ähm. Rot haben wir Amok. Ähm. Auch ne schöne Karte ist. Hier haben wir auch noch ein Licit wieder. So ein Parasit hier. Wie bei ähm. Ähm. Wie bei Aliens. Ähm. Ähm. Dann ähm. Haben wir. Was haben wir noch Schönes? Was haben wir noch Schönes? Ähm. Das ist jetzt alles irgendwie gar nicht so. Ein paar Biesten gibt's hier noch. Ich zeig mal so das was ganz cool aussieht. Ähm. Mob Justice. Ähm. Deals one damage to target player for each creature you control. Auch nicht gut. Ah. Auch nicht gut. Ja. Auch ganz gut meine ich. Dann hier den ähm. Ähm. War Room. Den ähm. Ähm. Girard findet in der Stronghold. Und die Invasion Plans dann auch dazu. Ist ein Enchantment für drei Mana in Rot. Each creature blocks whenever able. Attacking player chooses how each creature blocks. Das natürlich. Ähm. Ähm. Das einen auch selber betrifft. Hm. Ne. Schwer spielbar vielleicht. Aber gut. Dann haben wir Heat of Battle hier. Ähm. Whenever a creature blocks, Heat of Battle deals one damage to that creature's controller. Das ist halt ähm. Wo Takara die Tochter von Stark ihn äh erblindet quasi. Und ähm. Weil sie noch unterm Einfluss vom Vollrad steht. Und Girard sie dann K.O. haut mit dem ähm. Was unten am Schwergriff dran ist. Haut er hier. Haut er sie mit K.O. Ähm. Äh. Dann gibt's natürlich auch wieder Goblins. Schöne Goblins. Die Mock Bombers. Die Mock Flankies. Mock Investation. Und der Mock Maniac. Ähm. Oh. Das ist ja. Die hatte ich gar nicht mehr so aufgeschirmt. Ruination. Destroy all non-basic lands. Hm. Ich kenn da jemanden der nur mit äh non-basic lands spielt. In seinem Sliver Deck. Hm. Naja. Ähm. Ceasing Anger. Chart. Chartphoenix. Haben wir hier mal. Ceasing Anger. Ach das kann ich auch noch gleich zur Story erzählen. Äh. Chartphoenix haben wir hier. Fliegen 222. Boah ist jetzt nicht so doll. Aber hier ist Ceasing Anger. Ist äh. Der gute Tangert. Der seine Hörner verloren hat. Äh. Aber. Der kann ja trotzdem kämpfen. Und da. Bestärkt ihn Gerard ja auch. Finde ich sehr sehr schön. Aber auch endlich mal wieder seit langem eine schöne Hydra. Spinning Hydra. Comes into play with 4 plus 1 plus 1 counter on it. Und für 2 Mana in rot remove. Plus 1 plus 1 counter. Von Spiding Hydra. Spiding Hydra. Spiding Hydra. Sie ist von der Wischel-Tage Creature. Bis 5 Mana. Für ne 4 4. Wo ich noch. Bababam. 4 mal Schaden schießen kann. Ähm. Und dann wäre sie weg. Ist ne gewisse Flexibilität. Die gar nicht so schlecht ist finde ich. Dann haben wir die Wall in rot. Das ist die Wall of Razors. Die äh. Hat 4 1 First Strike. Das finde ich schon wieder richtig solide. Dann kannst du ordentlich schon mal was wegholzen. Ähm. Dann gehen wir zu grün. Grün. Ja. Awakening. Passt ganz gut. Dieses Bündnis zwischen Elfen und äh. Zwerge. Genau. Menschen. Ähm. Ähm. Was halt dazu führt, dass die mit Vollratsfestung angehalten. Das ist natürlich ganz gut. Der zu Beginn of Each Player abgibt. Untap all creatures and lands. Das ist auch nicht schlecht. Ähm. Ähm. Dann haben wir hier. Burgening. Whenever any opponent plays a land. You may choose a land card from your hand. And put it into play. Auch gar nicht schlecht. Auch in grün haben wir ein paar ähm. 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 Dann hier auch. Crossbow ambush. All creatures you control can block. Creatures with flying until end of turn. Ähm. Dann haben wir auch wieder einen Elefanten hier. 4-5 für 4. Ähm. Allerdings auch mit einem kleinen Drawback dann. Ein Basilisken haben wir mal wieder. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Whenever lowland basilisks damage any creature destroys a creature at end of common. Also ist sozusagen für 3 Mana 1-3 Death Touch in grün. Ähm. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ähm. Dann haben wir. Hier noch so ein. Ja. Fast funktioneller Reprint der Lone War Elfen. Allerdings irgendwie. Viel zu teuer. Sie fanden ja dann damals, dass die Lone War Elfen viel zu stark waren für einen Mana. So ein. 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 2-3. Aber eigentlich willst du das ja wenn. Spielen, um dir an eure Mana zu ziehen. Mhm. Das ist dann eher so. Setting. Wenn ich die Eure with you try and destroy Repra. 20 tower auf Cowing institutions use free攻. Und wenn auch dem Hub schon besz희 aufgekommt. Also mit Weil das della Glamour. Im selections haben wir immer wieder. 5иса fern oder überhaupt neu tief. also drei dann haben wir auch wir haben wir die spikes die passen sind natürlich in grün hier einmal rein ist da die anteil des zirkel sind haben wir hier fünf stück auch die spikes die verschieben ja alle ihre counter immer hin und her der beste davon ist halt irgendwie noch der den auch der goldjunge hat da man da den counter bewegen kann und dann kriegt man noch leben und da gibt es halt mehrere von dann haben wir da eine solide soliden grünen wurm wie eigentlich ja fast immer 545 mana und listet haben wir den haben hier so sieht er aus und ja in der festung von vollrad wo es dann darüber zum kampf zwischen der weather light und der predater kommt ist halt wohl ratsgarten dass wir fast gerade mal ein für zwei colorless type creature your control game to life places ability as a sorcery und wir haben hier die bekannte war die halt damals dann ihren spiel auch ins pro gaming gefunden hat auf die turniere die wall of blossom ist halt 0 4 wenn man aufpassen kann sind so playdruck hat für zwei meiner habe ich einen super blocker und kann eine karte ziehen das ist heute noch so richtig solide finde ich also da kann man nichts gegen sagen so jetzt muss ich mal gucken ob ich hier die sliver queen irgendwie noch mal auf tue ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht ich ziehe ich die gleich noch mal woanders her aber gehen wir erst mal einmal noch mal die artefakte durch haben wir ja wohl bei weiß ich nicht dann haben wir hier da hatte ich jetzt in der story auch so gar nicht weiter zu was gesagt an staring bridge und zwar von dem teil der festung von den jera und so kommen zu der turm dem gefangenen ist eine brücke die eigentlich eine falle ist und zwar jeder der darüber geht wird dann halt so gefangen und sie schmeißen dann eine von den leichen die sie da geschaffen haben also von den wachen schmeißen sie auf diese brücke damit die erstmal was zu tun hat und überquellen sie dann auf einem anderen weg deswegen ist das hier die ensnare bridge each creature with power greater than the number of cards in your hand cannot attack das ist natürlich ganz cool Hearthstone dürfte heute gar nicht mehr rauskommen glaube ich weil das ist bestimmt vom blizzard getrademarkt aber damals gab es diese karte the cost of each creature ability requiring an activation cost is reduced by one this is cannot reduce an ability generic mana cost to less than one dann haben wir das horn of greed ja das ist halt so ein so ein so ein artefakt von volrath sage ich mal whenever any player plays a land the player draws a card dann die hornet cannon die finde ich persönlich ziemlich cool put a hornet token into prayer threat this token is a 1 1 artifact creature with a flying that is unaffected by summoning sickness and the end of turn destroy that token finde ich einfach vom flavor cool dann haben wir hier jinxed ring whenever any card is put in your graveyard from play jinxed ring deals 1 damage to you sacrifice a creature target opponent gains control of jinxed ring permanently das ist ganz lustig dann kommen wir jetzt zur teuersten karte des ganzen sets und zwar ist es der mox diamond der mox diamond für nullmaler wie das bei moxen so üblich ist äh when mox diamond comes in the play choose and discard a land card or sacrifice mox diamond das ist der drawback und ansonsten für tebben add one mana of any color to your mana pool das ist halt richtig richtig stark ähm auch bei den artefakten gibt es eine wand die shifting wall ähm die shifting wall counts as a wall shifting wall comes in the play with x plus 1 plus 1 counter on it äh you almost think war doesn't want me here ja da hat der giravo recht und äh ja in dem kampf zwischen sirena diesem gefallenen engel da quasi ähm und korvax wo sie sich dann sozusagen ja in ihn rein transferiert äh die hat dieses sword of the chosen target legend gets plus weit plus 2 until end of turn und ist eins der lang mal wieder der ersten legendary artefacts äh sehr cool und dann haben wir hier wallraths laboratory das ist das wo sie in die shapeshifter falle von wallrath gelang wo ähm ähm äh äh der shapeshifter der wie cc aussieht in diesem glasbehälter sitzt genau das war das und es gibt auch ein land in stronghold ja eins wallraths stronghold was auch sonst ähm add one colorless mana to your mana pool und für ein colorless und swam und tappen put target creature card from your graveyard on top of your library ich glaub die ist auch ganz gut was wert ich hab jetzt nicht genaue zahlen im kopf aber äh kann ich mir auf jeden fall vorstellen erstmal weil sie flavor text technisch äh richtig oder flavormäßig gut reinpasst und zweitens ist sie auch spielstark wie ich finde ähm und ich suche jetzt einmal gerade noch mal die sliver queen die aus gründen die ich nicht ersehen kann irgendwie hier in diesem spoiler auf der webseite fehlt und versuch das mal so da ist sie die sliver queen äh counts as a sliver und für zwei mana putte sliver token into play threatsist token as a one-man colorless creature das waren also die stronghold karten und ja ich fand oder finde das ist ein recht schönes set ähm es ist natürlich heute wieder relativ schwer also zum beispiel mox diamond ist so 40 bis 50 euro wert die sliver queen zwischen 20 und 30 euro das variiert halt werden natürlich schöne karten jetzt noch irgendwie zu haben aber also das ist mir dann erstmal zu viel und da bin ich raus aber ansonsten ähm gehört die sliver queen in jedes sliver deck was was auf sich hält gehört eine sliver queen so punkt und ja das war's dann mit den karten und äh dann gehen wir mal ins outro so das soll es dann auch für heute wieder gewesen sein wir haben ein bisschen die story gehört ein bisschen was über stronghold und uns die karten angeschaut und da bleibt mir jetzt einfach nur noch zu sagen wir sehen uns dann nächste woche wieder zur nächsten folge tab turno game dort geht es dann um die edition exodus bis dahin bleibt mir treu euer tito das ist dann auch für heute wieder